Freut mir! Na, nutzt du das Balg? So, einer noch, perfekt. Die sind fertig. Die sind noch nicht fertig. Wächst auch noch. Achso, die wollen wir frisch gepflanzt haben. Sollt man mich noch gießen, ne? Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht. Hauen wir einfach noch mal drüber. Scheiß drauf. Güte, da müssen wir kurz gucken. Irgendwas dabei, was wir anpflanzen müssten. Ne, sind nur Melonen. Ne, Wassermelonen, Kartoffeln. Die können wir verkaufen. Ah, da brauchst du eine Daily Dose of Landwirtschaft. Hey! Hey, Papa! Genau. Und das? Und das? Ziemlich groß. Hast du ihn gefangen, Papa? Nee, schweck. Gib mir mal ein paar Tipps, okay? Dann kann ich auch goldfische Fische fangen. Also braucht man keine gute Ange. Wir brauchen nur das Geld. Also wenn du bleibst beim Goldfisch bei dir, oder wie? Hey, zähl aber... Sohn voll total weg demotiviert. Fünf, fünf. Ja, 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 ja. Okay, ähm... Wir gucken kurz mal da rein, was die Hühnereierfraktion sagt. Glücklich, perfekt. Brüdet weiter aus. Der kleine Schimpansen. Ich bin den großen Königs Masu. Ich graß dafür auch über Malibu-Dasu. Kann man kurz baden gehen? Ja, schön. Der Mülleimer steht immer noch an der Stelle, weil der Mülleimer quatscht, wenn man durch die Tür will. Ist das mein Ladegerät von meinem iPad? Ist das Ladegerät von meinem iPad? Wo ist da Dreck drauf? Das ist ja... Aber karl! Achso, das war das. So, dann können wir eigentlich... Achso, sollte man die wieder rein tun? Was ist denn der Alf? Okay, wie? Was geht? So Fleisch, die Katze. Los! Hackfleisch draus. Ja, okay. Brafe Katze, ja. Ja, okay, gut. Hey, was guckst du mich an? Hat's Problem? Ich lege also was. Ja, ich weiß gar nicht mal langsam, wie ich mit meiner Zeit anfangen soll. Äh, wir könnten Düngen gehen. Apropos Düngen, wie viel hat der da oben noch? Fällt mir grad so ein. Ja, mach voll. Dreiundsechzig. Da könnte man fast Dünger produzieren. Na? Ihr kleinen Salmonellen schleudern. Mhm, mhm. Ja, ich hab's grad gesehen. Sekunde bitte. Ihre Anfrage wird verarbeitet. Ihre Anfrage ist bearbeitet. Müsst du mal gucken, wenn die so rote Pauschbächen kriegen, weil der ist ja so wegsperrt. Ziemlich gut zu gehen. Ja, also mit allen Reden. Also mit. Apropos, der hat doch geschlafen. So. Mach mal sauber. Oh, ein Stück. Da oben fehlt noch eine. Wurde Gott sagen. Wer bist du? Sternbruch. Ne, es war ach, es war eine Marmorkurt. Kommt die mal durcheinander. Nina, ein Kalb. Ja, Nina, ich hab's bürsten lassen. Achso, jetzt muss man über deinen Reden oder all was. Oh Gott. Wie hab ich geredet? Geh weg. Ja, ja. Ja, ja. Du müsstest alle glücklich sein. Mäh, 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 mäh. So, auch noch. Perfekt. Dann könnt ihr jetzt rein. Hopp. Verkuscht euch. Ich hab euch noch besseres vor, mit euch rumzuschlagen. Ja. Ich hatte euch eingeliegt, aber ich könnte dann das. Machen wir noch kurz Dünger. War echt die beste Investition, die scheiß Düngemaschine. Ohne Witz. Aber wenn's uns am Anfang so viel Kraft gekostet hat, den ganzen Scheiß durchzudüngen. Aber hat's eigentlich gelohnt ja noch die Düngerstreuer. Ah, Dream. Ach, Bildschirm. Du hast irgendwann ausgetauscht und fliegst ins Jenseits. Ich bin für 58. Ja, das soll das mal reichen. Weil der dürfte haben noch genügend. 999. 791. Ja, der hat auch nur noch raus. Wenn die noch nicht, äh... Over the top sind. Dann mach ich jetzt mal kurz eins. Geh mal an die Stadt und check ab, was da so geht. Ah, Kate Winslet. Gary Smott. Was? Ich bin zum Blaulander. Der Frühling eignert mich immer damals als Diener. Und ich nicht. Blah. Blumen war zu toll. Blah. Ja, gut. Nachverdrehst du doch auch? Äh, ordentlich. Ja, ja. Hey. Die Nacht ist noch jung, Alter. Die Party ist noch lange nicht vorbei, Baby. Ich werde zwar zwar schon senil und alt, aber hey. Ach, Frühling. Pöck dir das Zeit, um zu chillen und eine cracked Pfeife zu rauchen. Ah, okay. Ich werde ein Wenday. Hallo. Danke für vorbeigehen. Du kannst wieder hier gehen. Es ist lange Zeit aus. Insofern, du bezahlst zu faul, der Hund. Und Welt kommt auch immer wieder bei uns vorbei. Wenn der alte Treppen hochgeht, dieser Sack der fette Knarren, die wie verrückt. Das nächste Mal stelle ich Ihnen in den Rechner mit einer Lärmbelästigung. Weil gut, nochmal zusätzliche Einnahmequelle. Ich brauche ein TB-Messgerät. Nun verpiss dich. Okay. Ah, gut. Okay. Von mir aus, wenn sie meint. Wir können mal bei Daryl so vorbeischauen. Ob sie irgendwas hat. Okay. Ein paar Werkzeuge für Daryl's Experiment hierherum. Er hat wohl nicht geschafft, sie noch im Labor. Die liegen da schon seit Jahrzehnten. Ja, davon aus, dass er schon ein bisschen größer ist. So richtig Richtung 16 Jahre. in die Kante her. Und von daher. Ach so, sollen wir noch zum Trinken holen? Knuschbern? Nöööööö. Wieso denn? so kurz noch bei den schikas vorbeischauen wie sieht es aus bei der erlegenden fraktion mit dem food food das reicht bis morgen früh nicht gleich gibt kurz eine bestellung auf bestellbar kostet ja was schon zähne würde ich kurz besonders bestellen was gibt es im fernsehen ja 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 roman cv sommer's liebe das finale keine scheiß sendung was ist mit dir los habe ich glaube für eine mille schlicks darum ist ein stück scheiße soll ich das mal testen speicher vor ich weiß ob das könnte klappen was ich vorhaben tagebuch eintrag erstellen dann stellen wir uns einen wecker mal auf zwei uhr morgens ja und gehen schlafen ok das war für seine decke plan ich frage mich wohl sie willkommen wollen wir sie behalten dass sie schon mal hier sind doch klar ich brauche die bestimmt dass du es auch so süß wir müssen ihren namen gehasen wie wir die männliche nennen so wollen dagobert die weibliche oh nein wenn der y-dings vertauscht ist und auf der englischen tastatur exzellent wenn es jetzt hier die gefühlschalt bringen ja von mir aus na gut wir nennen wir den geflügelster leben ok wartet mal ich gehe mal kurz raus hier wird er rein ok warte warte tagbuch in der kastele machen separaten spielstand hier kurz erster 10 aber ich muss mal da zurückgehen das ist blüte wieso lang das ist scheiße so wecker machen wir aus und gehen schlafen war der erste tag im sommer durften nicht vergessen gottel können wir uns kurz unterhalten ich würde heute gerne den filter bewässern wenn es hier recht ist kann ich ja die ganze arbeit alleine machen lassen oder äh ok warte mal stimmt das halt wie mein gedanke jetzt war sommer ja doch doch war das richtige ja ok ok alles gut ist das feuerbergfestival ok tiere kann raus tja der plan hat funktioniert die rände was einmal als alle gelegt haben nä 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 nas da ej die komma dämpfen jetzt komm nicht her und du überperformer du bist da gar wird mist ja schön hat das hier auch schon eingelegt sehr gut wenn ich wieder morgens kommen die abfahren da verschiebt sich da eigentlich mal nix wieder auch schön nene 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 mädels das könnt ihr euch ins arschloch der was eigentlich raus kam nix da ich werde erstmal noch draußen lassen drinnen lassen meine ich ach so sie gießt ja dann passt ja da wächst alles schön fein ja auch perfekt jetzt im sommer gleich die ernte aus so einholen so gut hier wird ausgestrahlt wird ja kann man da kurz durch die andere rein mit das anderen durch ich muss den scheiß gleich selber ausstreuern habe ich keinen bock drauf so so aber die seine moral rein klatschen macht er das noch mit oder ist er schon durch mit der geschichte was es dinge betrifft oh man was soll ich das glauben da ist eine lücke ich sehe es auch gerade da hauen wir jetzt rein das so so mich spannend auf das ähm Dings Ei Entenei hat es ja schon wieder gelohnt den Trick der wir da gemacht haben das heißt aber den Nebenprodukten fehlt uns dann eigentlich noch was wir sollen auf den Tierlees gucken vor allem auch den zwei schwangeren weil die Kälber kommen jetzt muss er gleich schlachten weil ich hätte da eigentlich kein Dings draus ähhhh Peabon Steaks hallo gehts noch ja schön dass er glücklich und gesund aussieht er hat trotzdem Hunger er schmeißt den Dreck da rein einfach fickt meine Güte wir haben einfach eure scheiß Futterplätze da einfach weggehen dass ich da arbeiten kann danke man 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 immer das gleiche mit euch so Junge äh das manchmal raus in den Vortokal ist leer so schon egal wie der aussieht ich habe den Scheiß jetzt nein Junge ach verpiss dich doch ey das ist sowas als das hasse ich an dem Spiel ja schön 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 ja die Tieflern gehts gut und es wird noch kein Kirby ist wach perfekt da hat man schon hat man noch nicht Nina hat auch keine Pusche backen dann passt das oh her mit der Milch jetzt so irgendwo noch was zum abpumpen ne gut dann dürfte er jetzt raus Junge 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 was für ein Tierstress hier äh ihr könnt auch raus gab es vielleicht auch ein Ei so wollen wir mal kurz gucken ne gab es nichts da ist sie sieht gut aus naja sie können zum Schlacht haben wenn die kein Ei kein Ei demnächst legt ein bisschen überfällig ne uh die sollten wir aber abholen die gibt es nicht oft jetzt nur im Sommer die sind verdammt wertvoll so einfach schön mitnehmen so ist brav machst du gut kleiner Buggi immer noch eine einzelne aber egal scheiß drauf Kirby wir müssen nicht heute nochmal hoch in die Mine und weiter grind wir brauchen noch so ein altes Fossil so ein hässliches da wäre es eigentlich äh eine Ambition von mir wenn wir das noch äh noch finden würden dieses Jahr äh mitnehmen oder nicht eigentlich nicht du merkst du im Alter wirst du wirst du du hast ja keinen Bock mehr auf so einen Scheiß auch wenn das Spiel langsam so gefühlt alt wird weil ne lange Zeit schon drin verbracht aha aha ja hau raus den Scheiß ja komm schnauze Opa ich weiß nicht das muss ein Fossil sein das heißt die Farbe Brownies komm buddel einfach ich hab nie drauf die Farbe geachtet muss ich zugeben jetzt hopp wir brauchen ein letztes Piece noch haben wir schon das dürfte ja auch ein Dings sein Fossil Fossil Echo ah widerspenstig sehr sehr widerspenstig das hat man auch schon das kann nicht wahr sein aha dann könnte etwas neues werden wir finden es so gleich heraus meine Kinder dann buddelt er und buddelt er und denkt sich so scheiße wo kommt der ganze Dreck denn her doch dann sah er und verschmarr er das war nur ein Fossil das war kein guter Deal dann kommt die Blonde was für ne Wonde ohne Rondedonde äh ok das dürfte aber auch noch was sein so geht her ein Fossil was wird es wohl sein sprach das Bugilein und steckt die Schaufel ganz tief in das Erdloch hier rein doch dann sah er es war der gleiche Dreck was für ein Speck er buddelte weiter und blieb heiter doch dann sah er wieder ein Fossil ist das diesmal ein guter Deal doch dann sah er wieder einmal es ist der gleiche Scheiß ein Thunfischlauch was für ein Scheiß er buddelte an einer anderen Stelle und dachte sich so mach noch mehr Löcher in die Erde geht dann noch nicht so viele Delle Welle 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 Kelle ihm verging der Spaß an dem Löcher buddeln denn es ist eine mühsame Scheiße er macht das Gold kaputt es ist nur das Teil das sie nicht interessiert darum ist das meiste von seinen Haaren auffrisiert er buddelte weiter und wusste nicht sprach er mit dem Erdreich nein eine Münze krabschte ihn in sein Gesicht er rannte weg zu einer anderen Stelle und haute dort auch rein eine schöne Delle doch er buddelte und wuddelte und kam zum gleichen Scheiß es ist nur Dreck was für ein Marsch er wusste bald nicht mehr weiter da ihm die Reime ausgingen und auch das Erzählen fiel ihm schwer wie das Bedienen einer Fluxkompensator Kaffeemaschine V1098M ZXT aber die Collectors Edition davon und er sah und er sah das war eigentlich was Gutes Nein das war ein roter Scheiß er fiel auf den Dreck hier rein so ein Shit er wollte doch nur und das war sein Schwur das letzte Scheiß Fossil haben Gareth Dupeller verzieh dich einfach weg kommst du den Charakter nicht an sonst hau dir die Schaufel ins Gesicht voll mit Dreck er buddelte und wuddelte und wusste nicht weiter denn der kleine Pucki war nicht mehr heiter er suchte nach dem Scheiß Dreck das Fossil fand jeden Müll ob radioaktiv oder nicht alles schrie ihm ins Gesicht auch die Münze so viele waren hier ach Scheiß Dreck ist also noch ausgebuddelt er wusste nicht weiter aber buddelte heiter Vorsicht einfach her so ein Rücken der zerbrach genau wie die Motivation tief ins Loch versach ob das Wort ein Wort ist das wusste er nicht aber es reimte sich und hörte sich irgendwie halbwegs vernünftig an wie hieß die nochmal keine Ahnung ist mir was zu egal mach einen Abflug ich will doch einfach nur das scheiß Fossil haben Kinder nö es wird auch so ein Kristalldreck man jetzt mach einen Abflug ey Digi was bräunliches was auseinander ist meine Güte ja er buddelte weiter schon den ganzen Tag seine Familie war ihm egal auch das Fossil versagt das war ein Kristall oh man er wollte doch nur endlich mal den Scheiß haben nachdem er sich so sehnte und dabei auch noch seinen Rücken überdehnte ein neuer Reim war geboren darauf konnte er schon schworen und schwören hörte sie nicht gut an im Zusammenhang mit diesem Klang warum er immer so komisch hin und her redet wusste er nicht doch das war ja das Fossil es kam näher weißt das was ihm so gefiel ich weiß es nicht könnte es das sein fick dich ins Knie du scheiß Kleeblatt du altes er hat keinen Bock mehr und rennt nun fort steck die Schaufel in Gareth's Rücken und war schnell fort doch 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 Carter sah ihn kommen und umzingelte ihn mit der Frage hast du was schönes gefunden du Wonne doch es war kein produktiver Tag schau an ich habe Müll gefunden das Fossil versagt Gareth kotzte im Stahl und sagte nimm mit den Müll aus der Mülldeponie ich habe eh schon nur Hartz IV schau dir das Zelt an du Vieh auch sein Gaul versagte er war schon komatös weil er sich die Beine am Tag in den Bauch stand und aus dem Pferd wurde ein Pony und er nannte es Ronny denn Herbert war Herbert was wer hat auf Trägel ich glaub's ja nicht blaue Baumfrucht wirst du mich verarschen ich wollte nicht sein ich würde können meine blaue Frucht kosten hab ich ihn sonst kochen gesehen bin ich wählerische Schwächung bitte bloß wirklich sehr vielen Dank vom Brüi Ja, ist mir egal was Herbie ist und er kann keine Spangerschaftsstreife im Gesicht haben. Geht mal am Arsch vorbei. Erst mal gucken, wo Fridulein Ducktail ist. Hey, hey, Fridulein, bist du Daisy? Daisy ist scheiße, ich merke es gerade. Vogelfutter und 5.5, okay. Ja, ich habe schon wieder das Ding vergessen. Habt ihr jetzt gleich gesehen, wie das so rüber ist? Ja, das war halt leider das versagte Twisting vom Controller. Hat er bald schon ein paar Tage hinter sich, ne? Boah, tausende von Stunden Gameplay. Ich habe gleich Witcher komplett mitgezackt. Könnte es sein, dass ich dummes Schwein habe gefüllt hier alles mit fremden Samenlein? Ja, doch das muss zum Züchten wieder her. Ach, so eine Scheiße. Die ganze wünsch ich Geschlechtsverkehr. So, geht da rein, ihr Geflügelein. Sonst werdet ihr zu KFC. Frittiert. Das wäre, das wäre auch ganz schön fein. Hört nicht auf mit dem Scheiß. Der Dummengel auch. Er will aber auch nicht wissen, was daraus wird. Was für ein Stauch. Keine Ahnung, mir fällt dazu nichts mehr ein. Gucken wir einfach nur mit dem Spiel fertig sein. Was ist denn das? Ein Ei. Okay. Ein Ei? Gibt es da einen Unterschied zwischen Enten, Ei und Ei? Da muss ich mal aufpassen. Sollte es ja eigentlich. Könnt ihr da mal wieder? Ach, dann quatsch mal eine Runde. Wie sieht es aus? Schön, dass sie gesund aussehen. Eine gewollte Schwangerschaft hier. Da muss man auch schon über ein Pferd reden. Interessant. Ja. Da waren wir schon. Das ist noch mal ein Ei. Was ist denn heute los? Oh, 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 oh. Halt die Fresse, Alf. Fehlt hier was? Nö. Nö. Ist ja gut. Sollte ich jetzt eigentlich mal wieder Milch spenden? Ach so. Ist ja Sommer, ey. Nina App. Hä, was will die eigentlich schon wieder? Oh, die Fresse. Hä, hoher ist einzig. Mainz, Flüsse, Tauber und Erfer bestehen. Äh, meiste Modelle bringen eine höhere Gefährdung. Ah ja. Interessant. Mau, mau, mau. Glaub ich heute zu spät dran war. Kann das sein? Ach, dann bürste ich euch halt mal. Gibt es was zu tun. Los. Werdet glücklich. Produziert bessere Milch. Jungen, wir haben jetzt schon dabei, machen wir jetzt alle durch. Los. Und dann komme ich kurz... Nein, du hast schrittlich ja hingegeeatet und ich wollte... Ach, fuck you. Dann mache ich kurz einen Cut und holen wir erst zum Trinken. Müssen wir wieder ein bisschen was vorproduzieren langsam. An der, an der und hängen wir so ein paar Tage hinterher. Ist jetzt ja noch ein bisschen kompliziert geworden. Ah. Aber Weihnacht, mein Paul. So, Weihnacht, naja. Das ist die Freude hab ich mir mal genommen. Ich weiß, ich bin in meinem YouTube-Film. Ach, Scheißdreck. Jetzt kommen die Pflanz nicht schon wieder im Sack. Zwei blauen gedönschen da. Würste ich auch mal noch. So, dann, glaube ich, alle durch. Hoffe ich. Wenn nicht, habt ihr Pech. War doch schmutzig und trinkt. Und schninkt mir Scheiße. Hä, wie keine Milch. Ja, komm, dein Abflug. Kuscht euch. Und jetzt? Auch nicht. Was ist denn hier los? Hä? Die Brütenbarte. Heilige Scheiße. Was ist denn hier? Habe ich den Bürgmus von denen komplett zerballert, als ich da ein bisschen Freude aufgestanden bin? Oder was ist da los? Wollte ich den Scheiß Teddy erwischen, der sich rumcheatet. Hä? Hä? Warten wir noch bis um halb neun? Alle futtermäßig versorgt. Okay. Frederick! Habe ich da echt zwei Kühe vergessen? Interessant. Drei. Naja, kann mal vorkommen. Ai, 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 jetzt aber! Na, wollt mich ja Milchunterschlager oder was? Ihr seid mal so kleine Luder. Also, die haben ja... Ja! Och, Opi! Wenn man jetzt einmal nachts wach war, um die Enten reinzulassen, die sich da rein gecheatet hatten. So, wie siehts Wetter aus für morgen früh? Ja, ist okay, wieder bewölkt, so wie immer. Sehr schön. Frau! Ich habe es weggetan, dann kriegst du die Pflanze. Hier. Ah, kein Teil da, meine Kiste, wunderschön, du hast es behalten. Ja, du wusstest. Ja, okay, du siehst tot aus. Da bin ich auch. Kann ich jetzt schlafen gehen? Danke. Ein alter Mann ist neuner. Bandscheibe knackt. Äh... Inzuclipidi... Nebenprodukte... Es gibt nur ein Ei. Jetzt bin ich aber gespannt. Äh... Chiquitela? Ach komm, bei einem Tag können wir jetzt auch einen Stress machen. Okay, kannst du jetzt erstmal gar nichts legen. Ja, ich find's halt hässlich, dass sie keinen Unterschied haben. Da wollen sie voll, um eine Textur noch zu machen, oder was? Weiß ich, ein bisschen Ruhe auf Flügelspitzen oder sowas. Was ist ein Unterschied? Danke. Okay, so genau. Danke für's, dass wir mit dabei sein. Lange teilkommt, wir haben nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Stories in the Wonderful Life. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.